Und wir schauen auf die ganz aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland, gerade eben bekommen, wie immer nicht ganz vollständig am Wochenende, weil nicht alle Daten gemeldet werden. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern... Und wir schauen auf die ganz aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland, gerade eben bekommen, wie immer nicht ganz vollständig am Wochenende, weil nicht alle Daten gemeldet werden. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern... Und wir schauen auf die ganz aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland, gerade eben bekommen, wie immer nicht ganz vollständig am Wochenende, weil nicht alle Daten gemeldet werden. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern...